jo leute herzlich willkommen auf dem kanal pal dente und erst mal allen ein frohes neues jahr jetzt im jahr 2015 und ich möchte dem video eigentlich nur kurz nachles mal an alle von euch bedanken was 2014 jetzt alles auf youtube bei mir geschehen ist ich meine ich habe schon so kleinen erfolg reichen ich habe die 100 abonnenten geknackt hätte nie gedacht dass ich das in dem jahr noch schaffe und ja ich mich eigentlich normal an wie gesagt alle abonnenten bedanken alle aktive zuschauer alle leute die mir irgendwo mal geholfen haben sei es jetzt im live stream auf irgendwelchen servern und ja vor allem auch an markt der halt oft mit mir aufgenommen hat viel gezockt haben wir geil auf jeden fall an alle die ich so kennengelernt habe jetzt zum beispiel lenny oder simon und wenn gab es noch ja mit philip habe ich den kanal am anfang des jahres gemacht das war alles 2014 hammer krass und ja wie gesagt mein video kanal ist ziemlich weit jetzt in letzter zeit aufgestiegen also 100 abonnenten jetzt ins meter hat er schon 130 ist es gerade halb zwölf ich gehe euch noch raus ein bisschen ja silvester feiern und ich hoffe auf jeden fall euch allen dass ihr ein gesundes neues jahr habt und viel spaß auf jeden fall habt ich hoffe wir haben vor allem viel spaß also auf meinem kanal jetzt und ja wie gesagt nächstes jahr kommt noch das projekt da freue ich mich schon mega drauf und ja dann würde ich sagen das war es mein kurzes video weil ich muss das jetzt noch hochladen dass es auch pünktlich kommt und ob ich sagen wir sehen uns hoffentlich im neuen jahr gesund und dann tschau bis zum nächsten mal